Hallihallo, Piraten der Liebe. Wir sind wieder zurück bei Kartenchaos in Hearthstone. Wir, das bin ich und der Bubble. Der Oberliebeskapitän. Der Oberliebeskapitän, wie er gerade sagt. Ich zeige euch mal eben dieses Kartenchaos. Boombot vs. Nervotron. Zwei epische Roboter stehen sich endlich gegenüber. Fetzen werden fliegen, Öl wird fließen. Ihr entscheidet, wer den Sieg davon trägt. Boombot oder Nervotron? Ähm, ja, wir haben das schon mal angezockt. Es ist nicht ganz so spannend, finde ich jetzt. Da gibt es deutlich bessere Kartenchaos. Aber man kann wenigstens gegeneinander zocken. Ich finde es gut. Babel hat schon ein bisschen zugeguckt. Und auch mal das ein oder andere Spiel gemacht. Eins. Er wird jetzt richtig aufs Maul bekommen. Babel, vorderst du mich. Jawohl. Warum frage ich überhaupt? Eben, warum fragst du überhaupt? Zünde Lunte an, hm. Rühre Mana an, hm. Das ist nicht so unwichtig. Ah, klar habe ich da ein bisschen mehr Mana als du. Als wie du. Schwör. Als wie ich. Nebenbei guckt gerade Euroleague-Konferenz. Äh, ist noch irgendetwas interessantes gerade? Nö, Schalt hat ja, äh, Seilsabend abgezogen. Richtig. Meins hat auch gewonnen, soll erfüllt. Oh, schade. Ich finde den Nervotron eigentlich ein bisschen geiler, muss ich sagen. Ich habe noch nie mit dem Boombot gezockt. Nicht? Ich mag den Boombot eigentlich mehr. Achso, wir spielen übrigens drei Spiele. Wahrscheinlich wirst du dann auch einmal den Boombot bekommen. Wir hoffen es. Wir hoffen es. Der ist schon mal nett. Den nehme ich. Den brauche ich nicht. Und da gucke ich auch mal, was ich für bekomme. Mhm. Supi. Äh. Oh. 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 Hi. Ähm. Fertig. Ein mechanisches Hi kann ich auch. Hallo, hallo, hallo. Aber da kommt ja wenigstens ein Hallo rüber, ne? Bei mir kommt ja nur Krrrr. Hier. Warm. In your face. Juhu. Der ist selbst nett, wenn der droht. Ja, meiner auch. Und, äh, danke auch. Die haben ein Zaunpfeil genommen für alles, was man hier machen kann. Das ist nicht gut. Ja, wahrscheinlich so, weil die sonst noch irgendwas extra aufnehmen hätten müssen. Für, ähm, Dinge zweißen, ne? Bam, mein Freund. Ja, kein Ding. Ich hab jetzt schon wieder das Gefühl, ich krieg voll aufs Maul hier mit dem. Um Gott. Das ist doch scheiße. Und noch mehr. Wir hätten die Idee ja länger aufbewahren müssen, aber. Das ist doch scheiße jetzt. Warte mal. Woll nicht rum. Ja, ist ja alles super. Und Spaß, die Rakete ist am coolsten an der Karte. Boombot Junior. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wenn du die Tröte drückst, ist es auch hallo, hallo, hallo. So heißt deine Heldenfähigkeit. Oh, fuck. Was ist los? Ich hab' einen Fehler gemacht. Jetzt hast du einen Mana zu viel gehört. Ja. Ja, jetzt sehr spannend. Äh. Fuck, ich hab' echt einen Fehler gemacht. Hallo, hallo, hallo. Ich hab' diesen einen Mana zu viel. Nice. Wir gucken einfach mal, was hier rauskommt, ne? Mann, das ist doch scheiße, ist das doch. Geil. Läuft. Was ist jetzt schon Suizid? Ja. Bitte, bitte, bitte. Ja. Weg, Gott sei Dank. Langweilig. Weg, geht, geht. Au. Boah. Gucken, entweder, äh, ich reiß' es jetzt oder es war's. Mach's gut. Scheiße, scheiße. Jawohl, jawohl. Ja, positiv für dich. Wieso, ja. Ich hab' zumindest den richtigen mit Windzorn da weggemacht. Hallo, hallo, hallo. Verarbeite Daten. Mhm. Ich mach' mal Feuerwerk hier. Feuerwerk. Tretet näher und hört zu. Und Rakete. Au. Au. Das tat jetzt weh. Oh, schade. Äh... Das ist ein Scheiß, ey. Das wird doch hier nix. Das ist relativ knapp. Bitte lass wieder, der kann nicht klappen. Jawohl. Ach, Mann, da war ich. Hm. Das war mir gut. Asi. Lebt, meine Freunde, lebt! Binding. Die Animation ist so perfekt, ne? Ja! Och, ist das mies! Oh, oh! Komm schon! Hm. GG? Joa, wahrscheinlich. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich da irgendwie... Äh. Also eigentlich ganz geil, ne? Aber... Da kommt halt nicht mehr viel jetzt. Au! Da kann ich auch gleich Selbstmord machen. Nein! Nein, doch! Bamm, weg! Ah! Ich zieh das doch jetzt nicht hier in die Länge, mein Freund. Mann, ich wollte den Aufwertobot spielen. Ja, vorbei. Freund, Herausforderung. Ja, herausfordernd. So. Ich habe hier noch einen lecker Salat stehen. Mmmmm. Peter, willst du keinen Bizeps haben? Hab ich! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Oh, Mist. Oh, Mist! Die Karte ist nett, ich brauche nicht. Die behalte ich mal. Weg! Fertig! Ja, wegen dieser eigenen Karte. Der braucht Zucker weißt du? Wer braucht Zucker, der Freund? Gibt es was zu tüfteln? Der Nervotron ist echt deutlich besser, finde ich. Ich hab rei gewonnen, ne? Du hast gerade er mit dem Nervotron. Ich hab rei gewonnen, genau. Das ist richtig scheiße. Wollt ihr etwas in die Luft jahren? Das ist schon gar nicht so gut. Ja, ich meine, hast du noch einen mitgekriegt. Aber meistens haut mir dieser verrückte Bomber das meiste gegen meinen eigenen Diener. Den hab ich nicht in einem Deck irgendwo mit drin. Hallo, hallo, hallo. Wie ist der Flugplan? Voll schräg. So gut könnte ich auch Trompete schrieren. Sie haben aber nicht in der Flüssigkeitbeweg auf. Ho, ho, ja, alles klar? Bole, Mann, Du, Mann! Sie haben die Flüssigkeit, keine Flüssigkeit. HR! Scheiße. Hallo, hallo, hallo. Na? Au. Was machen Sachen? Das ist zu guter Weise nicht. Ich finde jetzt weniger gut. Das war du Gnome. Hm. ... 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 Bitt, 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 ja. Aaaaaaahhhhhh. Ah. Oh, hast du ein Glück, Alter? Oh, hast du ein Glück, Alter? Oh, hast du ihn angreifen? Das macht ja alles keinen Sinn, wenn ich den Erntegolem angreife. Ja, der hat danach genau das gleiche. Ja, und du hast mich danach tot. Hast du recht. Ja, du hast den Erntegolem, den du voll angreifen kannst. Doof. Habe ich jetzt allerdings auch. Kannst du das? Wahrscheinlich. Okay. Ich mach's erstmal so. Langweilig. Wie langweilig. Wie langweilig. Wie langweilig. Wobei die Animation echt cool ist. Okay, war jetzt nicht so langweilig. Ja. Hiha. 1-1. Ich hoffe, wir haben jetzt mal die anderen. 1-1. Aber da muss auch wirklich alles passen damit, mit diesem Boom-Bot da. was zustande bekommst. Oh. Wie oft denn noch? Gibt's auch gar nicht. Hallo. Hallo. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. Niedrig, zu niedrig, zu niedrig. Zu hoch, zu hoch, ach Gott, was ein Drecksscheiß, ey. Tschüße. Vertraue mal auf deine Aussagen. Was für zu hoch, Alter. Warum deiner macht drei Schaden, meiner hat vier gemacht. Ist alles gut. Aufgrund deines Gottesschildes muss man immer aufpassen, dass du keine Diener auf dem Feld hast. Was voll geblüfft. Um. 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 Say gdyby A or A. C. A. B. Almost Y. Was ist das denn? Macht das denn? Macht das oder das? Was macht das denn? Nein, das macht keinen Sinn. Halt die aus dem Genoa. Verkantigungssysteme aktiviert. Guck mal, macht das Sinn? Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo! Nein! Verleiht einem befreundeten Mech, das ist aber ein kleiner Nicht-Mech. Ja, ein Nicht-Mech, richtig. Ach! Ja, doof, ne? Ja. Bitter. Okay. Mech. 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 Mech das? Mech das? Gibt's ja eigentlich keine Münze? Oder hast du die Münze immer? Ich hab die Münze, ja. Mech das? Ja. Das ist ein Mech. Ja. Gut. Das ist ein Mech. Das ist ein Mech. Erstmal, ne? So. Hm. Wem machen wir weg? Oho! Ich repariere alles! So sieht gut aus, ne? Da ist sie ja! Da ist sie ja! Die Münze! Komm, ich mit seinem Boom-Boards, weißer. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Überredest du denn? Oho! Ah, okay. Du müsstest einfach ein bisschen verspät. Hm. Au. 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 H proceso! Boah, ich bin da sehr schnell Einmal am Ende, so dann Jetzt hast du noch 10 Leben, ne? Autsch Joa, kann ich mir leben Boah, das ist jetzt bitter Nein Was? 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 Mal gucken Hm, schade Was? Für Gnomeridan Für Gnomeridan So, 3 zu 26 Ja, das wird wohl reichen Geh ich mal davon aus Brauch's mal, ne? Könnt ihr jetzt wieder Doktor Boom spielen? Ja Könnt ich Das ist scheiße, das ist richtig doof Das ist jetzt nett gewesen Du hast schon noch 7 Karten erfahren Hm Herausforderung angenommen Oh, das ist nicht schnell Oh, das ist nicht schnell Na ja, eine Waffe und ich bin weg, ne? Hallo, hallo, hallo Aber da halt noch Ich muss ja auch erst mal eine Waffe ziehen Ich muss ja auch erst mal eine Waffe ziehen Mal sehen, ob das wird schützt Ich muss ja auch erst mal eine Waffe ziehen Ich muss jetzt alle wegkriegen Oder alle einfliegen, geht auch Und dann Nein Ich muss ja Ich bin schon sicher Ich bin noch nicht Ja Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Die Ich bin noch Der guiding Ich bin noch nicht Getschen Ich bin noch nicht Ich könnte es echt beteiligen. Hat jemand Bombe gesagt? Nein, ich töte mich selber! Nein! Ja? Nein! Ah! Dieses eine Ding, weißt du? Komm schnell, lass mich einfach in die richtige Karte ziehen. Lass mich nicht selber angreifen. Das kriegst du ja wohl hin jetzt mit dem einen Leben. Aaaaaaahhhhhh Nichts du das denn? Hm? Kann nicht sein, dass sie sich jetzt nicht mit einem Leben zurückkriegt. Neutral und leicht gemacht. Das war's! Warum kann er nicht stehen, fühlt allen Charakteren zwei Schaden zu? Das habe ich mir vorher dreimal durchgelesen. Ich bin bereit! Hm, hm, hm. Ich will das Ersatzteil nicht. Wow. Kann so ein Ersatzteil nicht mal sagen, fügt eurem Gegner einen Schaden zu? Nur kriegst die Karte ziehen, weil ich habe verloren. Dann weiß ich, habe ich verloren. Boah, das gibt's doch nicht. Ehrlich? Ich sagte, wenn du keine Karten auf der Hand hast, habe ich dir vorhin schon bei, äh, bei Dennis gesagt. Hast du verloren. Genieß es. Ja, haha. Oh, ist das bitter. Entscheidungsmatch, aber haushoch gewonnen. Haushoch. So ein Schwätzer, ne? Ja, langweiliges Kartenchaos irgendwie. Letzte Runde war schon ganz witzig. Joa, letzte Runde war echt ganz gut. Aber ich freue mich auf nächste Woche, vielleicht haben wir da ein bisschen witzigeres Kartenchaos. Meckerst auch jede Woche, ne? Ne, letzte Woche fand ich ziemlich cool. Das war, glaube ich, mit Abstand das am meisten gespielte Kartenchaos von mir. Ja. Gut. Wir sind fertig für diese Woche. Endlich 2-1 für mich. Bisschen schade, dass wir nicht abwechselnd mal die Helden gehabt haben, finde ich. Ja, wäre schöner gewesen, aber gut. 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 Aber seid nächste Woche wieder dabei. Wahrscheinlich nehmen wir auf, wenn es ein Kartenchaos ist, wo man gegeneinander spielt oder miteinander gegen den Computer. Sonst sehen wir uns danach. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.